Guten Morgen. So, mein Frühstück. Da ist es. Ein schönes Birchermüsli mit Kiwi und etwas fettarmer Milch. Guten Appetit. Jetzt geht es zum Einkaufen. Jetzt werden gesunde Sachen eingekauft und die Süßigkeiten werden weggelassen. Nee. Natürlich. Nee. Doch. Nee. Die gesunden Sachen sind für mich und die ungesunden für meinen Sohn. Nee. Doch. Nicht alles. Ja, was denn nicht? Das ist meins. Das ist meins. Sag ich doch. Der Joghurt ist meins. Und hier die Pringels sind deins. Ja. Siehste? Ja, und das größte ist meins. Aber Kohlrabi und das und... Aber ich esse das ja auch. Ach so, das isst du mit. Alles klar. Guck mal, da ist eine Altebrauch. Du musst es einmal durchlassen. Ja, ja, ja. Guck mal, der hat unten geschrieben. Stelle für Hedwig würde Marianne Antoniette heißen oder so. Hätte ja was zu tun gehabt. So, Kohlroulade ohne alles. Das ist trotzdem sehr lecker. Mann, oh Mann. Kohlrouladen machen echt satt. Ich bin total vollgepressen. Ich fahre jetzt zu einer Hausbesichtigung. Wir wollen nämlich ein neues Haus kaufen und heute ist Hausbesichtigung. Ich bin total gespannt, ob das das Haus ist, in dem wir später wohnen werden. Mal gucken. Ich komme gerade vom Haus angucken und ich bin total begeistert. Ein wahnsinnig tolles Haus. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert und ob das unsere neue Heimat wird. Meine Liebe, das werden interessante Wochen jetzt. Jetzt schaue ich Let's Dance und es dabei. Champignons mit Zwiebeln und einen halben Kohlrabi. Das muss reichen für heute. Oh, es geht weiter mit Let's Dance. So, ich gucke Let's Dance und esse dabei meine Pilze. Ich freue mich. Lecker! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.